Hey! Hey! Hallo und Let's Play! Herzlich willkommen zur ersten Folge von Secret Neighbor! Yay! Wieder mal zusammen mit dem Mann als der Zwangaller, den Fadger! Fünf, fünf! Und ich starb in die erste Runde! Nee! Nee! Hallo! Hello, hello, hello! Die können mich leider nicht hören, das liegt daran, dass das Mikrofon schon für die Aufnahme verwendet wird. Das ist sehr schade, sehr schade. Okay, vier Badger. Wenn ich's jetzt werde, dann nassenleiter. Dann... Dann... Dann ist's vorbei. Dann... Ich hab grad eben noch vorher gespielt, da wurde ich grad noch Naver. Also... Also... Jetzt nicht den hier. Ja. Auch wenn ich gerne Naver bin, Kind, macht aber irgendwie mehr Spaß, weil man einfach länger spielen kann. Und mehr Aufgaben hat. Der Naver muss aber nur fressen. Ja, und das spielt jetzt eigentlich so wie Minecraft-Mörder. So... So... Gut, ich will nicht darüber bin ich glücklich. Darüber bin ich glücklich. Ich swing das Ganze von meiner Xbox auf dem PC. Also wenn es ein bisschen flackert, dann liegt das daran, dass ich vielleicht kurzzeitig ne schlechte Internetverbringung habe. habe... Gut... Gut... Ach... Irgendwie kann ich nicht schauen, wenn ich hab's sind. Ah... Das sind Monate, wenn man so spät hat. So... Dann gucken wir hier nochmal rein. Weg... Ja... Loll... Ja... Irren... Hä? Help me! Hello! Was ist das denn bitte? Ja gut... Der kommt... Wie dumm sind die alle! Junge, das ist ja eine Runde zum Kotzen. Sorry aber... Der Brave... Hallo! Hallo! Einmal eine Box nehmen... Ah... Ach... Die Steuerung des Blut und PC so... Ich wette, der hinter mir ist es. War doch gerade danach. So... Ich nehm noch was... No... Nope! Ich muss... Ja... So... Muss... sein! So... Er brauchst schon ne Banane, alter! So... So... Da... Hier gibt es immer den Namen... also wenn man hier nicht reingeht sorry feuerleife aber dann los die bäume so dann lockt easy wenn findet man einfach hunderte keycats also ein immer wieder eine keycard ach da war keiner oh nö Dirk oh nö warum wie lange hat das nicht das spiel war am anfang so gruselig und jetzt ist es überhaupt nicht mehr gruselig wenn man die map erkennt und ungefähr was wie man spielen muss was ich tue das ist nicht mehr so gruselig ausser da steht einfach der hinter dir und na gut gut dann ich bin ne 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 so Da haben wir den ersten Schlüssel in diesem Projekt, Alter. Jetzt ist der blaue. Segnet dich. Oh, die kippt so ein. Egal, dann haben wir halt... Ja. Dann fangen wir nach einer Keykammel, Alter. Also das ist am neuesten Update. Eigentlich wollte ich ja sobald schon das nächste Update rauskommt, irgendwie hab ich keine Lust, weil das Spiel die ganze Zeit geparkt hat. Entweder haben sie zu den Lobbys, die verbinden sich geparkt, und der Bug existiert erst seit diesem Update. Nehmen wir, es waren jetzt schon zwei Spielergebungs-Updates. Und da haben wir immer durch die Welt gewitscht, das war aber ruhig. Nehmen wir mal an, dass wir da nicht mehr dazu. Riecht nur an. Da haben wir aber alles. Ich mach gleich dazu, dass der Neva nicht denkt, dass wir das Cheryl fill machen. Und das ist eigentlich das Einzige. Ok, einer ist bei der Grove als jeweils sofort weg. Hier ist auch eigentlich immer ein Schlüssel. So, ein B-Stake haben wir wieder. Zack! Ach, da haben wir einen Ballkicker, nehm ich auch. Ja! Auch kein Schlüssel? Hm? Ah, ganz viele B-Stakes alle. So! Ja, da war doch noch ein Schlüssel. Ich hab keine. So. Ich möchte hier noch einen Schlüssel finden. So. Ist hier nicht die Kurs? Ja geil, das ist meine Taschen. Aber hier? Ach nö, da ist ein Kiefer. Wieder eine Dreier brauchen wir einen. So. So mal hier. So. So. Und ich wollte nicht einfach aufnehmen, wo einfach noch die, wo ich mich gar nicht ausgegangen warst. Also. Da, deswegen bin ich hier hergegangen. Jetzt sind wir noch Zweier-Kiefer, das wird doch noch Zweier sein, aber... Ich kann's hin. Oh! Dann sind wir hier irgendwo. Ach komm! Komm ich darüber zurück? Ach ja. Ich hab's nicht gedacht. Aber ich... Oh! 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 Ich... Alter! Was hab ich hier für losten? Oh! Ich bin noch... Hat diese hier eigentlich irgendwas места angefallen? Ich bin wahrscheinlich der Letzte. Ich bin's. So, los bitte! Hat er gleich noch eine Minute! Alex Kroosky, kennst mich mal! Obwohl, kann ich da noch nicht benutzen? Wer möchte fleißicke Handbacker sein? Der muss rein in der Netzplay zu sehen! Und den Fehler mache ich jetzt nicht! Und eine Zweierküchert und ein Prostereck! Aber wir werden noch in der nächsten Folge, wie die Klingel 1, ich bin halt auf Humus und in ein Cast und gehen! Hey! Ich sage ihm auch mal Hello! Loll! Und die Märk? Warum campen? Der ist nur mir nachkant! Die anderen campen einfach alle da unten! Was ist denn los? So! So! Und... Er... ...hat einfach diese 3 Slots und wenn man einfach 3 Minuten oder 4 Minuten... Ja! Den Inventar voll hat, kriegt man einfach einen... 4. Slot hat es noch unten drauf! Also... Ist ja lustig! Man kann es ja nicht nur gehen! So! Ich bin weg! Wir werden doch nicht gehen! Okay, das geht dann ja sehr gerne mit Emotes! Ich muss mich nicht wundern, weil die sind lustig und cool gemacht! Ich muss mich nicht wundern, weil die sind lustig und cool gemacht! Da haben sie jetzt direkt was gut gemacht! Ah nein! Da waren sie halt gut! So! Zack! Und... Zack! Und... So! Da nehme ich mal einen mit! Ich mach mal... Hey! Hey! Da nehme ich mal einen HELLOWGESTACK! So! Mann! Gib mir doch einen Schlüssel! Gib mir doch einen Kack-Schlüssel! Ich hätte da voll lange, dass ich kann! Dann nehme ich mir... In einer KKW nicht machen! Ich weiß ja immer noch nicht! So! Aber dass hier gar keinen Schlüssel genommen hat! Das ist eigentlich hier! Ne! Lebt! Prämier! In so einer Folge! Und ich spür das Update jetzt schon eigentlich seit einem Monat! Was? Ah! Da kann noch einer liegen! Da liegt auch noch einer! No! Aber hier kann einer! Ja! So! Der Neighbor ist nicht bei mir! So! Mal positiv! Mit einem Schlüssel! Plus ne Key Card! Den Key gebe ich mal ab! Was fehlen noch? Rot! Gelb! Oh! Oh! Keine! 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 Look Mama da ran! Woah! So! No! Das ist einfach mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist der Detektiv! Hilfe! Ich sehe noch ein Gelber. Kacke! Renn! Er ist da drüben. Nein! Nein! Und wenn ich jetzt der Letzte bin? Okay, ich bin nicht der Letzte. Aber wie viele da rüchten? Der kam da! Ja! Ist mir doch egal! Junge, dieser Po! Der rennt jetzt zu dem Insel! Ja! 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 Ich werde… Manfred! Nenn mich Manfred! Wie geht es so? Weg, drück, aus, ein, drei, Teilenländer, mit... ...ESUKARMA. Oh ne, ich hab das so gelegt, ne. Hm, wie ist man da, wie ich bin. Super, schau mal. Ich spiele mit der Erfolge. Danke fürs Zuschauen. Habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss, tschüss.